Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und heute möchte ich mal mit euch gemeinsam im Speed Build ein Gehege bauen, und zwar für keinen anderen als den Mosasaurus. Das Ganze dient hauptsächlich für mich persönlich als Test von der Mod Expanded Islands. Das ist halt die Mod, die diese Baubegrenzung bei den Inseln vergrößert, dass man auch außerhalb der normalen Baubegrenzung bauen kann. Und die Enhanced Terrain Tools Mod. Das ist die Mod, mit der man steilere Klippen machen kann und das Terrain viel, viel genauer und besser bearbeiten kann. Und ja, ich habe mir halt gedacht, bevor ich das Ganze jetzt alleine teste, lasse ich nebenbei so ein bisschen die Aufnahme laufen und schneide das Ganze dann für euch kurz und knackig zusammen. Dann können wir jetzt auch mal gemeinsam so ein bisschen bauen. Und dann sieht man auch gleich schon, wie viele mehr Möglichkeiten man durch diese beiden Mods dann dazu bekommt. Natürlich teste ich auch, ob irgendwelche Sachen noch verbuggt sind oder nicht funktionieren, oder ob diese Mods überhaupt schon dafür reif sind, dass wir ein Parkbauprojekt damit anfangen werden. Das erste, was mir aufgefallen ist, zu der Terrain Tools Mod, ist, wenn man irgendwie Gebäude baut oder platzierbare Objekte, die halt das Land begradigen, sowas wie Felden oder Redwood Trees oder sowas, dass man die immer zuerst platzieren sollte, bevor man dann die Feinarbeiten am Terrain macht, weil diese halt das Terrain trotzdem noch so ein bisschen anheben und verändern. Und ja, im Nachhinein kann man es dann trotzdem wieder zurück anpassen. Aber es ist halt ärgerlich, wenn man vorher schon so viel Arbeit investiert, alles anpasst und dann platziert man das und dann ist wieder alles kaputt. Und dadurch, dass es halt auch keine rückgängige Funktion gibt, ist es dann immer doppelt ärgerlich. Momentan ist ja leider noch der einzige Weg, um irgendwie was rückgängig zu machen, speichern und laden. Und das finde ich halt sehr schade. Ich hoffe halt wirklich noch darauf, dass wir vielleicht auch noch eine Mod dafür bekommen, dass man einen Step zurückgehen kann. Das heißt, wenn man irgendwas platziert und dann irgendwas komplett kaputt geht, weil habe ich schon mega häufig gehabt, dass man dann einfach einen Knopf drücken kann und alles ist wieder so wie vorher. Aber ansonsten muss ich sagen, ist mir nichts Negatives bei der Terrain Mod aufgefallen. Das hat wirklich richtig gut funktioniert und man konnte mega gut damit arbeiten. Das hat wirklich richtig gut gemacht. Das hat wirklich gut gemacht. Bäume entfernen und hinzufügen hat teilweise echt ein bisschen länger gedauert, allerdings war es dafür viel viel genauer, weil man halt die Regler jetzt viel kleiner ziehen konnte und da musste man halt die Maustaste gedrückt halten und ein bisschen länger darüber hafern, bis es dann wirklich verschwunden ist, aber hat trotzdem besser funktioniert als im Originalspiel. Das einzige ist wie gesagt, dass das Ganze einfach ein bisschen zeitintensiver ist, wenn man den Regler so klein zieht, sobald man den Regler dann aber wieder größer macht, geht das eigentlich relativ gut mit den Bäumen, dass die verschwinden, aber ich habe das Gefühl, dass man trotzdem so einen Ticken länger immer über die Bäume rüber hauern muss mit der Maus, bis sie dann verschwinden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe dann teilweise die ein oder andere Stelle auch noch ein bisschen tiefer gemacht, damit es auch mal so aussieht, als wenn sie da mal ganz abtauchen. Und natürlich Futterspender durften auch nicht fehlen. Und verschwinden lassen habe ich den Zaun mit einer Mod, die heißt Invisible Fence, ist auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich dann einfach den Zaun ausgetauscht und dann war der Zaun unsichtbar und hat somit auch nicht mehr gestört. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem kleinen Realtime-Part. Das hier ist unsere fertige Mosasaurus-Bucht. Ich muss es echt sagen, ich bin sehr zufrieden. Es ging jetzt relativ schnell, das zu bauen und das Ergebnis ist echt nicht verkehrt. Da schwimmen unsere beiden Mosas. Und ja, besonders beeindruckend sind natürlich diese Höhenunterschiede. Das Bauen hat auch echt gut funktioniert. Man muss es halt nur in der richtigen Reihenfolge machen. Aber mit dieser Mod, dass man jetzt das Terrain besser bearbeiten kann, da werden wir so viele tolle Möglichkeiten haben. Das hier ist die Ansicht aus dem ersten Turm. Da sieht man die Mosas. Die Mosas sehen auch gar nicht so schlecht aus, wenn die so im Wasser versenkt sind. Hätte ich vielleicht noch einen Ticken mehr ins Wasser machen können. Aber ich will ja auch, dass man noch so ein bisschen sieht. Ansonsten würde man die halt nur noch von oben sehen. Aus der Helikopterperspektive. Was auch irgendwie ziemlich cool aussieht. Im Hintergrund das Wasser. Ja, hier hat man auch eine wundervolle Sicht. Das ist so schön mit den Höhenunterschieden. Ich liebe das. Ich freue mich schon auf das nächste Parkbauprojekt. Das hier gerade ist ja eher noch so ein kleiner Test. Das ist auch cool, wie die dann so ein bisschen mehr abtauchen. Weil ich das jetzt teilweise tiefer gemacht habe. Was ich bei dieser Mosasaurus-Mod noch feiern würde, schreibe mir nicht dazwischen, wäre, wenn die Sounds überarbeitet werden würden. Dass man halt nicht mehr diese Schrittgeräusche hat, wie man jetzt gerade gehört hat. Und stattdessen halt so plätschern hat, als wenn die durchs Wasser schwimmen. Würde wahrscheinlich nochmal viel dazu beitragen, dass es mehr wie ein Mosasaurus rüberkommt. Und die Sounds und sowas wurden ja mittlerweile auch schon oft angepasst von Dinos. Also das sollte machbar sein. Diese Höhenunterschiede, die ich liebe, ist wirklich... Damit hat man so tolle Möglichkeiten. Das ist echt so nice. Ich kann mich gar nicht satt sehen daran. Ich frage mich nur jetzt gleich, wenn ich das Ganze speichere und wieder lade, ob ich es wieder so hinbekomme, wie es jetzt aussieht. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das Ganze kaputt gehen wird. Das werde ich gleich testen. Und ja, das ist der letzte Test von diesem kleinen Speed-Build, wo ich die Motzen ein bisschen ausprobiere. Genieße nochmal den vielleicht letzten Blick auf diese Bucht. Wäre echt schade, wenn die verschwindet und nicht mehr ladbar ist, so wie sie jetzt ist. Aber die sieht eigentlich ganz schick aus. Guck mal, wie tief der jetzt ist, der Moser. Das hat schon was, ne, wenn die so tief abtauchen. Okay, ich muss jetzt aufhören. Also es ist echt sehr, sehr schick geworden. Ich werde jetzt aber testen, wie das Ganze nach dem Laden aussieht. Und so sieht das Ganze aus, wenn es geladen ist. Jetzt haben die aber in die Mod-Beschreibung geschrieben, dass man jetzt nochmal speichern soll und dann nochmal laden soll. Und das soll helfen. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Und jetzt kommt der große Moment. Es lädt. Ich bin sehr gespannt, ob das Ganze helfen wird. Das wäre echt cool. Ich glaube, wenn das jetzt einwandfrei funktioniert, dann würde ich sogar ein nächstes Parkport-Projekt direkt anfangen. Es sind auf jeden Fall die Texturen da. Ja, aber es ist mega verbuggt. Hier ist der Weg unter Wasser. Die Mosers, die schweben. Hier vorne ist auch alles kaputt. Okay, das ist komplett weird. Also ihr seht ja, das ist alles, glaube ich, wieder resettet vom Terrain. Das, was außerhalb ist. Sieht zumindest so aus. Deswegen ist hier zum Beispiel der Weg unter Wasser und sowas. Ah, sehr, sehr schade. Aber Leute. Aber Leute, das heißt für uns, diese Mod, die halt die Map-Begrenzung aufhebt und die bebaubaren Flächen größer macht, die braucht erstmal noch ein Fix. Also die können wir so noch nicht benutzen, weil das funktioniert noch nicht einwandfrei. Allerdings hat die Mod, die die Terrain-Tools verbessert, auf jeden Fall den Test bestanden. Die hat sich echt gut bedienen lassen. Die hat super funktioniert. Und damit kann man richtig, richtig coole Sachen bauen. Alle Mods, die ich hier in diesem Video verwendet habe, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieser kurze Test und das Speed-Bild haben euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Euer Dandy.